Was ich dir gesagt hab, der Nächste, das läuft! Drei Punkte! Was ich gestern gesagt hab, der anderen Blond in den Schnee. Aber davon ist auch noch nichts. Christian, alles Gute! Peer, alles Gute! Aber das ist ein geiler Typ. Ja, weiß ich. Micky, hau rein! Äschen! So würde ich dich sehen. Hau dich weg! Hau dich vorne weg! Wo ist das wirklich? Wo ist das wirklich? Hey, hier! Eher wer kommt konkret an? Aua ja! »Luis? Los! 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 Hier! Los! Los! Los ist jetzt schon wieder laufen! »Cmehr wer?« »Jah, alphanisch.« Die sind schon in den Tunnel, die Jungs. So könnt ihr das sehen. Tommi, alles Gute! Ja, ist alles gut schon. Haben wir einen da schon weg? Luca, hopp! Ja, Luca, alles da raus. Das waren doch noch nicht alle, oder? Ja, die kommen doch noch. Die gehen durch den Hinterausgang gerne. Ja, die kommen doch noch mal rein. Wo ist er? Ja, die steig ja nicht so rum, hier. Kann ich nicht auf meinem Video mit ranziehen? Mach doch mal. Und jetzt haben wir Michael von der Bild-Zeitung. Einer der besten Reporter, das wisst ihr ja. Ja, ich bin ja mit ihm befreundet. Und er fährt jetzt in Amerika. Der haut da richtig rein. Michi, pass auf dich auf, der Junge. Von Badberg auch schöne Grüße. Und von Kevin auch. Alles klar. Tschüssi. Die Arbeitskönig von dem Bild. Alles klar. Tschüssi. 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 Du musst dir doch nicht sagen. Ja, was? Du musst dir doch so weit vorne, wo du willst. Den kannst du nicht passieren. Ab geht das jetzt. Ab geht. Nein, mach er nicht. Da hat er nicht mit den Tülen mitgenommen. Alles klar. Wunderbar. 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 Werf Hühne.